Ja moin, ich bin's nochmal. Heute drei Folgen. Bisschen spät, ein bisschen unangekündigt, aber drei Folgen. Naja, es ist wieder dieser, dieser, wie soll ich das jetzt nennen, dieser Anfangselan, hätte ich mal nicht gesagt. Knall so viel raus, wie es geht. Aber nee, ich muss noch zurückhalten. Also heute wirklich nur drei Folgen. So, jetzt hab ich hier natürlich wieder... Fantastikerisch. Was ist denn auf der 75 drauf? Ist doch gar nicht, ja. Ich mag es, ich mag es so sehr. Nein. Jawohl. Ich bin gleich soweit, keine Angst. Einmal rechnen. Okay. Wie ist denn, ich fährst einfach weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich war, egal. Wie gesagt, das ist dieser Anfangselan, den man so hat, den man gerade besitzt oder irgendwie so. Ich weiß nicht, wo die hin soll. Ich schicke sie einfach mal los. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum du hier bist. Ding, 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 gut, der ist angekommen. Ich hab keiner. Aber gar mehr als drei Folgen gewesen, das wollte ich nicht. Livestream hatte ich angekündigt. Also entweder NF Marsch oder Niedersachsen. Hab ich voll Bock drauf. Mal schauen. Was ich zocke. Kann auch sein, dass ich mal einen privaten Spielstand zocke. Und euch damit reinschnuppern lassen. Aber mal schauen. Ich glaub, wenn ich so ein Projekt hier ver... 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 Ist das Heu? Oder ist das... Ver... 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 Heu. Ähm... Mist, ich muss ja irgendwie... Den Drescher auch abtanken, ne? Gut. Ich wollt grad Heubeinen sammeln. Aber... Irgendwie muss der Drescher ja auch hier werden. Halt ich gar nicht auf dem Säbchen. Wie gut, dass ich hier noch eine Kipper hab. Den ich eigentlich schon loswerden wollte. Aber dann muss der jetzt herhalten. So komm mit. Das heißt, ich muss 20.000 Mal fahren. Hat keiner gesehen, oder? Ähm... Jetzt soll ich da auch nicht mal gefahren werden. Das heißt, ich muss jetzt 20.000 Mal fahren. Aber mit Drescher kann man nicht das Dreschen. Wenn ich das noch richtig weiß... Ihr wisst wahrscheinlich... Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Ähm... Um da Mehl daraus zu machen, damit wir Brot backen können. Die Dänen. Und deswegen haben wir jetzt... Hier so ein bisschen... Zum Zwang? Äh... Äh... Alter Schwedik und Schweden. Das sind... Das sind... So riesen. Nicht mehr das sind... Das sind... Brenntiere. Das sind... Das sind... Das sind... Ich muss doch gleich, dass da Weihnachtsmann hier auf der Niedersachsen ist. Aber... Respekt. So... Ich hoffe, du bleibst jetzt stehen beim Abtanen. Ansonsten krieg ich einen Schreikrampf. So... Wir sammeln Heu. Ne, sammeln wir nicht, weil ich Autolot nicht aktiviert habe. Jetzt sammeln wir Heu. Danke. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Wie? So. Ähm... Ich habe... Während meiner YouTube-Abwesenheit, kann ich es nennen, diese Wiese mal selber gepresst und gewickelt. Ohne Witz. Ohne Witz. Und ich habe es durchgehalten. Ohne Witz. Also es sind mega viele Ballen rausgekommen. Ich muss dazu sagen, ich hatte ein... ... 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 einer Quaderbeinpresse und habe 1,50 m, ich glaube 2,20 m, die man ja glaube ich noch wickeln kann, gepresst und gewickelt, von daher ging das noch mit der Anzahl von Ballen. Aufgesammelt habe ich die allerdings auch mit Auto-Lot, kann ich ehrlich zugeben, weil das war mit den Englern, hier zu viel, wirklich zu viel, also das Heu reicht bis in der Steinzeit, mehr Heu brauchen wir nicht. Signageballen sollten wir eher machen, um wieder Kohle zu kriegen, aber egal, ich nehme mir die Zeit. So, schon oft weg, ich bin gleich wieder sprunghaft, wenn der Anhänger voll ist, weil dann möchte ich gerne nach den anderen Fahrzeugen gucken. hier wurde eine Bahn ein bisschen gut gemäht. Und ich habe was über die Grastechnik gelernt. Es gibt schlaue Leute, beziehungsweise Leute, die sich daran gesetzt haben, Statistiken zu erstellen. Und ich bin ja eigentlich so vom Kopf her, ich habe gerne was mit Statistiken zu tun. Und da wird entdeckt, beziehungsweise festgestellt, dass wenn man das Gras bis zur dritten Wachstumsstufe oder zweiten Wachstumsstufe wachsen lässt, dann hat man einen höheren Ertrag. Jetzt möchte ich aber bitte nicht ausgelacht werden, vorwiegend, aber das wusste ich schon selber. Es ist ja so, jetzt an, ich bin im falschen Modus. Wo ist noch eine Wiese? Hier. Die 113 zum Beispiel, wird ja als erntereif angezeigt. Das ist aber in der ersten erntereifen Wachstumsstufe. Und darauf folgt noch eine oder zwei. Und dann hat man den megamäßigen Ertrag. So, du bist aber... Du fährst jetzt auf der zweite Bahn, oder? Jawohl. Ich bin stolz. Die ist noch nicht voll. Du, du, dich können wir zum Hof schicken. Hof. Da kommt erstmal die erste Ladung Heu in die Halle. Wollen wir nie wieder Heu. Die ist nochmal die Halle weniger. Äh... Gut. Gut. Auch gut. Ich bin geschlecht, wenn wir mal so einen Punkt an der unseren Fabriken setzen. Jetzt müssen wir bloß wissen, wo ich die Fabriken gekauft habe. Aha. Aus dem Kopf weiß ich es nämlich nicht. Ähm... Hier mal Gras, was ich gerade erklärt habe. Das ist, glaube ich, die... Die letzte wachstumseintereite Stufe von Gras. Und das hier dürfte die erste oder zweite sein. Also... Ne... Man sollte wirklich erst mähen, wenn es so ist. Dann hat man zwar nicht zwei... Äh... Nicht drei Schnitte. Wenn man mit Season spielt, sondern eher nur zwei. Aber man hat deutlich mehr Attrage. So, wo muss ich denn hin? Ich tippe, hoffe, da hinten rechts. Kommt da was? Nö. Laufen die Fabriken hier ja nicht schon? Dung, 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 dung. Miel? Nein. Wir dürfen noch nicht. Raps läuft. Äh... Das läuft. Der Rest ohne noch nicht. Okay. Gleich auch. Gleich, 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 ja. Das ist ja für den Blick. Weiß ich nicht. Wann ich hier schon rein? Ich hoffe. Äh... Da muss ich abkippen. Äh... Hoffe ich. Jawohl. Passt. Und den Weizen. Schon mal aktivieren. Der erste Weizen in unserer Mühle. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Und dann sollte ich auch gleich nochmal einen Punkt setzen, damit Autodrive da mit herfahren kann. So, einmal bitte wieder abkippen. Ich habe gehört, das kannst du. Oh, aber cool. Jawohl. So. Dahint ist etwas Rotes. Ein Sammelobjekt. Jawohl. Ein Trecker. Was ist denn meine Sammlung? Na da... Wieder 1000 Euro für die Fahrzeuge. So. Dann sollte ich hier mal einen Punkt setzen. Ich bin voll raus. Aber sowas war nicht, hoffe. Nee, hier war's nicht. Da war's auch nicht. Ich bin wirklich komplett raus, ey. Hier. Nicht Händler, sondern Mühle. So. Unbenenn. Äh. Nee, 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 nee. Hier? Ich glaube, da war's. Also ihr merkt es schon, ich bin komplett raus. Zack. So, jetzt sollst du aber nicht zum Händler oder weiß der Geier was, jetzt sollst du bitte zum Hof. Uh, das ist schon wieder Fülle. Gut, ich hab mich auf Selbstabtanken gedrückt. Beziehungsweise sind das nicht eingestellt. So. 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 ich komme nicht rum ich komme naja und die teils hier kaputt gefahren so schnell zurück für den drescher leer machen können ich sollte mir größere händen kaufen ich freue mich an der mögliche gestorben ja die tauchen auch aus dem nichts auf der drasch hat sich schon da versteckt dürfte irgendwo da oben sein ja dann gehen wir doch mal auf die suche da ist er 50 uhr fällt hoffentlich sind wir gut angeschnallt so vor allen dingen anpflanzen wird ja lustig ich will schon wieder losfahren ich stelle das gleiche ein dass du da stehen bleibst das geht mir ja auf dem nüssen so, gib mal her deine sorglose Hirse ich glaube ich kann gleich noch mal erfahren ich muss gleich mal gucken wie viele Endreifefelder wir wirklich haben wenn es nicht gleich zu viele sind dann würde ich gerne die beiden Hänge hier hinstellen so viel sorglos hier so kommt ihr nicht runter ich wünsche die ist auch bereit ich muss auf dem Weg zurück wie viele Endreifefelder haben wir denn ja da wird nämlich schon wieder die 143 jetzt Endreife angezeigt obwohl wir die gerade es gemäht haben die 75 das ist ein Grasfeld 58 4 9 8 9 9 9 10 9 9 11 da wir nichts mehr sind wirklich die letzten felder zu es ist denn die ach mais und sonnenblumen das ist das einzige feld das wir heute abwehren müssen die 76 dann brauchen wir auch mal nicht allzu schnell zu viel her und her fahren wenn er denn irgendwann wieder beim ruf ist so eigentlich können wir gleich haben wir zum drescher pesen und das ist ja eh wieder voll ich glaube stroh muss noch unter wenn ich das richtig weiß ich bin wieder weg so die 22 minuten haben wir nicht gerade ich würde sagen ich wünsche euch einen wunderschönen abend wir sehen uns entweder heute beim live stream noch mal wer lust hat spätestens 22 30 auf welcher map weiß ich noch nicht aber wer zeit hat und lust hat kann gerne vorbeischauen ansonsten sehen wir uns mittwoch wieder ich hoffe mit dem neuen sendeplan ich muss mal gucken ob ich das denn schon geschafft habe ich wünsche euch auf jeden fall einen wunderschönen abend macht's gut lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten mal bis dahin macht's gut